Hey Lesefreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. In diesem Video geht es um die Bücher, die ich im Oktober gelesen habe. Dieses Mal sind nur vier Titel dabei, drei Hörbücher und ein Taschenbuch. Außerdem noch eine Ankündigung, gerade läuft die Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Auch bei euch, mehr als 700 Buchhandlungen, veranstalten in dieser Woche ein richtiges Aktionsfeuerwerk mit Lesungen, mit interessanten Veranstaltungen und so weiter. Und ich verlinke euch die Aktionsseite unten in der Infobox. Zu den Büchern, die ich gelesen habe, unter anderem habe ich meine Bekanntschaft mit Haruki Murakami vertieft und habe die beiden Teile von Die Ermordung des Kommentatoren auf Französisch gehört, als Hörbuch. Da wusste ich noch nicht, dass es im Prinzip ein sehr dickes Buch ist. Ich glaube, die Printausgabe hat im Deutschen jeweils so 500 Seiten. Als Hörbuch sind das jeweils 15 Stunden ungefähr. Und es ist also wirklich ein geteiltes Buch, hat so keine Reihe, sondern Teil 1 hört ganz abrupt auf und Teil 2 knüpft dann direkt an und führt, wenn ich mich richtig erinnere, sogar die Kapitelerzählung einfach weiter. Gelesen wird es von Christoph Brold. Und das ist sehr angenehm und funktioniert überraschend gut. Er ist ein Theater-Schauspieler, hat also eine sehr gute Aussprache und liest das relativ bedächtig. Das passt auch zum Stil. Und dazu kommt, dass Murakami eine recht einfache Sprache benutzt. Ich habe neulich gelesen, dass er seine Bücher zunächst auf Japanisch schreibt und dann das Ganze selbst in ein sehr einfaches Englisch übersetzt und dann zurück übersetzt ins Japanisch. Und ich weiß nicht, ob er das jetzt immer so macht und ob das überhaupt stimmt. Auf jeden Fall, für mich steht fest, den Hörbüchern kann man sehr gut folgen. Auch wenn ich jetzt nicht fließend Französisch spreche, hat es wunderbar geklappt und kann ich euch deswegen auch sehr empfehlen. Ich dachte eigentlich bei den Büchern, dass es sich um so einen Krimi oder einen Thriller handeln würde. Und das stimmt aber gar nicht. Murakami hat einen fantastischen Roman geschrieben, also so eine Art Künstlerroman. Die Hauptfigur ist ein Maler, ein Porträtist, dessen Ehe in die Hose geht. Und seine Frau verlässt ihn und er flieht aus Tokio in die Berge von Hokkaido und zieht dort in ein Atelier, das ihm seinen Studienfreund zur Verfügung stellt. In diesem Atelier hat der Vater dieses Freundes früher gewohnt und gearbeitet. Und hier findet der Isha-Zehler ein Bild, das dem Buch auch den Namen gibt und das auf einer Szene in Don Giovanni anspielt, also in der Oper. Da tötet Don Giovanni am Anfang, im ersten Akt, diesen Kommentatorer. Und das ist der Vater einer Frau, die Don Giovanni verführen will. Don Anna. So, und dem Isha-Zehler ist klar, hier handelt es sich um ein Meisterwerk und er hat das Gefühl, dass der Maler da eine wichtige Botschaft drin verschlüsselt hat. So, und dieses Bild wurde da versteckt, denkt sich der Isha-Zehler, weil dieser Amada, so heißt der Maler da, so eine biografische Botschaft drin verschlüsselt hat. So, im ersten Buch und im größten Teil des zweiten Buches spielt das noch gar keine Rolle. Im ersten Teil gibt es sehr, sehr viele Rückblicke, in denen der Isha-Zehler an seine Kindheit mit seiner verstorbenen Schwester insbesondere denkt, an Momente seiner Ehe denkt. Er lebt sich dann in Hokkaido gut ein, gibt Zeichenkurse, hat auch so einige Affären am Laufen. Und dann nimmt er einen sehr lukrativen Auftrag an und feitigt das Porträt eines Mannes an, der ebenfalls in diesem Tal wohnt, der am Anfang sehr mysteriös und verschlossen ist. Das ist ein stinkreicher, ein höflicher ITler, Typ Geschäftsführer, die beiden Freunden sich miteinander an. Und insgesamt kommt dieses Buch mit wahnsinnig wenig Personal aus, es ist sehr langsam erzählt. Und ich war trotzdem erstaunt, was das für so einen erzählerischen Sog entwickelt hat. Die meiste Zeit geht es irgendwie ums Whisky trinken, darum, dass Leute auf der Terrasse herumstehen, dass Essen zubereitet wird, dass Dinge betrachtet werden, man sich Gedanken macht, dass es Dialoge gibt, in denen Sachen nicht gesagt werden, weil das jetzt unhöflich sein könnte. Und trotzdem, das klingt jetzt irgendwie langweilig, ist es sauspannend. Es geschehen dann auch eine ganze Reihe so übernatürlicher Dinge, unter anderem erscheint so eine Art Geist, sage ich jetzt mal, also genau gesagt eine Idee, die dann auch so ihre eigene Agenda in diesem Buch hat. Es verschwinden Dinge und tauchen wieder auf. Also es sind hier so ein paar Elemente eingewoben, die eher zu so romantischen Geistergeschichten passen würden. Darauf muss man sich einlassen, das sollte man irgendwie wissen. Mit der Handlung geht es dann richtig vorwärts, als der Ich-Erzähler dann auch das Porträt eines Mädchens anfertigt, das zusammen mit seiner attraktiven Tante ab und zu bei ihm vorbeischaut. Und dann gibt es eine sehr, sehr interessante Figurenkonstellation, die ich jetzt hier nicht so im Detail ausführen will, um nicht zu spoilern, aber es gibt so ein interessantes Dreieck zwischen dem Maler, diesem 13-jährigen Mädchen Marie und diesem stinkreichen Mäzen, sage ich mal. So, und im zweiten Teil der Geschichte beginnt Morakami dann weniger jetzt mit Rückblicken zu arbeiten, sondern so eine Kettenreaktion mit seinen Figuren in Gang zu setzen. Er hat im ersten Teil das Personal sozusagen aufgebaut und alle Figuren auf sehr subtile Weise miteinander verknüpft. Und im zweiten Teil spielt er das dann total aus. Also, um es jetzt mal zusammenzufassen, es ist ein Künstlerroman mit fantastischen Elementen, ein Liebesroman, ein Buch über Freundschaft, ein Buch darüber, sich selbst zu finden, über Einsamkeit, über Bilder und es ist auch ein Buch über Musik. Ich habe jetzt noch nicht erwähnt, dass es sehr, sehr viel um Musik geht, wie oft bei Morakami, um Opern, um klassische Musik, um neue Musik und so weiter. So, und es ist kein Buch, bei dem auf der Handlungsebene wahnsinnig viel passiert, sondern ein Buch, in dem man sich so in die Gedankenwelt des Ich-Erzählers fallen lässt, wie in so einem gemütlichen Fluss. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht beim Lesen bzw. beim Zuhören. Und es hat mir definitiv viel besser gefallen als die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki. So, und dann habe ich meiner Frau hier die Bestärkung des Rumdoodle von William Bowman vorgelesen. Das Buch ist eine Bergsteiger-Satire. Bowman hat es in den 50er Jahren geschrieben und es hat unglaublich lange gedauert, bis es ein Erfolg wurde. Der Autor hat das nicht mehr miterlebt. Und in diesem Roman macht sich eine britische Expedition auf, in so einem fiktiven asiatischen Land einen fiktiven Berg zu besteigen, der 12.000 Meter hoch ist, nämlich den Rumdoodle. Das ist eine absolute Chaotentruppe. Der Anführer ist mit einer miserablen Menschenkenntnis ausgestattet und er geht sich am liebsten in so philosophischen Gedanken darüber, was einen guten Anführer ausmacht. Der Mediziner ist ständig krank. Der Kameramann zerstört regelmäßig alle Aufnahmen, die er macht. Der Pfadfinder verläuft so ständig. Der Wissenschaftler, der mit dabei ist, ist die ganze Zeit mit so obskuren Experimenten beschäftigt, die alle grandios scheitern. Außerdem hat die Truppe einen Übersetzer dabei, der versehentlich 30.000 anstatt 3.000 Träger anheuert. Und die werden zunächst auch als so eine Art Wilde dargestellt, so nach bester Kolonialherrenmanier. Aber in Wirklichkeit sind die so ein bisschen wie die Umpa Loompas aus Charlie und die Schokoladenfabrik, also die eigentlichen Helden der Geschichte. Unter ihnen ist auch ein Koch, der vermutlich das miserabelste Essen der ganzen Welt zubereitet und der diese Expedition dadurch massiv nach vorne treibt, weil diese ganzen Bergsteiger immer vor ihm fliehen wollen, indem sie ihn verlassen und ein nächstes Lager errichten. Aber er verfolgt sie dann so unerbittlich mit seinem Kochtöpfen. Das Kochtöpfen ist ein Running-Gag im Prinzip, so ein bisschen Slapsic. Alles ein sehr humorvolles Buch, durch das ich nur durch Zufall gestoßen bin. Wenn ihr mal was Leichtes lesen wollt, so was Witziges für zwischendurch, ist das genau das richtige Buch. Und dann habe ich noch 21 Lessons for the 21st Century, so, gelesen von Harari. Gelesen wird das von Derek Perkins. Der Sprecher hat auch die anderen Bücher von Harari schon eingesprochen. Für mich ist es vielleicht der beste Vorleser, den ich kenne. Es ist ein Spitzenbuch und Perkins holt alles raus. Sapiens fand ich grandios, Homo Deus fand ich so ein bisschen redundant. Er hatte dann Angst, noch dieses dritte Buch von Harari zu lesen, weil ich nicht enttäuscht werden wollte. Jetzt habe ich das gelesen. Und ihr merkt schon, ich bin total begeistert davon. Das zusammenzufassen ist jetzt nicht besonders leicht. Es geht hier um viele Themen, darum, was künstliche Intelligenzen für einen Einfluss auf die Menschheit bald haben werden. Denn Harari glaubt nicht, dass künstliche Intelligenzen ein Bewusstsein entwickeln werden. Und er geht davon aus, dass wir uns als Menschen immer neu erfinden müssen, nicht nur beruflich, sondern auch was unsere Identitäten angeht. Er warnt vor der Entstehung von Supereliten, die so eine Art Cyborgs werden. Er warnt vor der totalen Zerstörung der Menschheit durch Superwaffen. Und er entlarvt, dass Nationalismus und Religionen so überkommene Vehikel der menschlichen Zivilisation sind. Also nach seiner Argumentation haben diese Institutionen ihren Sinn, also Identitäten und eine Ordnung, eine soziale Ordnung für eine sehr große Zahl von Menschen bereitzustellen, mittlerweile überlebt und wirken heute deswegen nicht stabilisierend, sondern destabilisierend. Und der große Spaß in diesem Buch ist, aber Harari zuzuhören, wie er immer wieder es schafft, so einen gewaltigen Bogen über die Jahrtausende zu schlagen. Er droppt so eine Knowledge Bomb nach der anderen. Und diesen Argumenten zu folgen, ist einfach super. Es ist stilistisch großartig, es ist rhetorisch brillant, es ist informativ, es ist humorvoll auch immer wieder. Und um in diesem Video jetzt nochmal was Negatives loszuwerden, also intellektuell deklassiert Harari, Murakami oder Bowman komplett, was nicht heißt, dass die anderen Bücher schlecht sind. Also das war mein Lesemonat. Lasst einen Kommentar da, wie ihr diese Bücher findet. Eure Kommentare sind der Grund, warum ich das hier mache. Macht fleißig mit bei der WUPP, bei der Woche der unabhängigen Buchhandlung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.